dann auf zum rathaus also kurzes update dass die schmugglerware das mädchen ist infiziert aber angeblich seit drei wochen das heißt sie könnte das sozusagen die antikörper gebildet haben und die sollen wir jetzt in ein krankenhaus bringen die bereiche um die quarantäne zonen wurden heftig bombardiert man wollte so viele infizierte wie möglich töten hat geklappt was war das jetzt jetzt hörst du das ja lang aber als erst weit weg sind wir sicher vorerst na los da drüben ist das rathaus ja doch ich dachte es wird es das hier soll das stadtzentrum sein war es jetzt ist nur noch drach lang schauen wir mal wo wir hier uns durch kämpfen können zum rathaus werden wahrscheinlich definitiv mal ein paar infizierte treffen hier drüben da geht es wahrscheinlich nicht lang oder nein könnten da hoch vielleicht mal schauen was da hinten noch ist da könnten wir dann auch rein hast du da was gefunden nein such weiter da ist bleib du einfach in ihrer nähe auf jeden fall mal was zum ablenken gefunden zwar nichts weltbewegendes aber wir haben die erfahrung gemacht es kann schon hilfreich sein ist hey Tess ok da ist eine schublade vielleicht ist da mal was praktisches drin ah nix Wir bräuchten dringend Munition und ein Medikit. Oh. Das reicht. Trödeln wir nicht rum. Da hier liegt was. Kann ich damit irgendwas machen? Sammeln Objekte, Artefakte, Anhänger, Trainingsbücher. Ich habe 17 Teile. Anscheinend kann ich damit gerade nichts machen. Gehen da mal nach oben. Oh. Cool. Was ist das? Feldeinsatzprotokoll. Okay. 18.08 angekommen. Negativer Kontakt bei LC-Z. Bewege Patrouille nach Westen Richtung Zentrum. 21 Uhr. Negativer Kontakt. 22.18. Scheiß negativer Kontakt. Ja. Super. Wäre cool, wenn ich langsam mal so Trainingsbücher oder so finden würde. Bäh. Gott, verdammt. Klicker. Oh, Mann. So sieht jahrelang Infektion aus. Das heißt, sie sind... So gut wie. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So ordentlich. Das sah ja total ungesund aus. Mist. Es sieht so aus, als würde gleich alles einstürzen. Okay. Was haben wir hier? Pillen. Verbessert deine Überlebensfähigkeit. Auch cool. Kopf runter. Ui. Ich möchte auf jeden Fall nochmal hier rumschauen. Ganz kurz. Da liegt eine Schere und ein Tape. Dann geht es wahrscheinlich nicht hier raus, oder? Ja. Hilf mir hier mal. Wow. Oh. Hat's. Bin ich jetzt erschrocken. Danke. Bist du okay? Nicht passiert. Suchen wir Vorräte. Scheiße. Oh, das war heftig. Fünf Patronen. Oh, du sagst das. Was zu trinken. Vielleicht. Was hat er schon leer gefuttert? Vielen Dank. Ah, danke. Medikit. Endlich. Ah, Lumpen und Alkohol. Kannst ein Medikit herstellen. Auch gut. Und ich könnte hier stellen ein Messer her. Ja, das Messer ist nie verkehrt. So, was haben wir hier? Aha. Cool. Oh, da muss ich aber noch viele Pillen finden. Kein Trainingsbuch. Okay, cool. Ach so, ja. Setzen wir das Medikit gleich mal ein. Volle Gesundheit wiederhergestellt. Machen wir das, wie wir hier wegkommen. Da ist noch eine Tür. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Mal hoffen, wie ich es hier wenigstens... Ah, Batterien leer. Dann haben wir mal kurz geschüttelt. Da liegt noch was. Zehn Pillen. Ja, sehr gut. Jawohl. Da rappelt es im Karton. Hat sich doch rendiert, hierher zu gehen. Das war nix. Hier geht es erst einmal nicht runter. Das heißt, hier lang. Da ist eine Tür. Äh, eine Tür. Eine Schublade. Mal wieder nix drin. Schade. Oh, da hängt einer ab. Mal sehen, ob es da weiter geht. Okay. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine. Du bist dran. Los, komm. Geh schon. Okay. Na, los. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schaltet durch das Inventar, bis sich deine gewünschte Waffe im Ausrüstungsplatz befindet Okay, coole Sache Diese Drecksviecher Da hinten Oh, ein Eisenrohr So, der war einfach Oh, oh, oh! Oh, oh! 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 Hm? Oh, da sind viele unterwegs noch. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Oh, oh, jetzt habe ich ein Problem, jetzt habe ich ein Problem, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Oh, 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 oh. Oh. Annä Ah, zocken Oah, zocken. Oah, zocken. Ha, nein! Da waren sie, die ersten Kontakte mit den Infizierten. Bei dem allerersten wäre beinahe ein Breckerlentosenganger, so habe ich mich erschreckt. Und ja, der zweite Kontakt, ihr seht selbst, der ging gewaltig daneben. Ja, da werden wir uns dann im nächsten Teil durchkämpfen. Und ja, also ich freue mich schon wahnsinnig, wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von The Last of Us. Vielen Dank.